So Leute, da sind wir wieder. Bei TechEd. Yay, TechEd! Wieder mit Simon. Noch immer ohne Moritz. Weil wir jetzt ein paar Folgen aufnehmen, weil wir was haben. Und ja. Simon ist gerade bei meinen und hat mir gerade ein bisschen Zeug ins Enderbag gelegt. Was ich gleich mal nachschau. Wow. Wow, das ist ja so. Unglaublich. Ich habe gesagt, ich leg dir den Shit in die Enderparte. Den Shit, damit ich Platz hab. You know? Yeah, I know. I know what you know. Ich ordne das trotzdem mal rein. Kannst du mir da schon irgendwas reinlegen? Jetzt bin ich gerade oben. Warte. Dann lege ich dir mal die ganzen wertvollen Sachen rein. Hast du schon Diamonds gefunden? Nein. Oh. Zu tief bin ich nicht. So, jetzt ordnen wir. Schauen wir, wie viel Scrap wir haben. Wir hatten unsere ganze Kiste ist voll. Fast. Oh Gott. Wenn wir den Nuklearreaktor dann haben, dann machen wir erstmal das ganze Scrap zu UU Matter. Oh. Oh, Alter. How much stuff? Jupp. Drei Uran. Boah. Und ich habe das jetzt nur die... Ah, und jetzt habe ich noch ein viertes gefunden. Ich habe das jetzt nur die Dinge aus gemeint, gell? Die was? Die Bowel. Die Bowel. Ja. Not bad. Die ist ja gerade mal halb leer. Not bad. Sehr schön, gell? Hättest du auch gern, gibst du? Nein. Ich stehe nicht so auf... Joga. Ich stehe nicht so auf und hohes Fleisch. Alter. Penis. Gott, wir haben schon ein Stack Red und Dark Matter. Das ist heftig. Das ist richtig klar. Gibt es eigentlich Basalt Brick Stairs? Glaub nicht. Alter, wie viel Uran ich gerade finde. Ich habe schon wieder drei. Äh, ich freu mich grad, wie ich das hier mache. Hm. Lol, Zombie. So. Alter, ich habe gerade voll den Ohrwurm vom Circles. Ich auch, man. Den habe ich immer wieder. Das ist so schlimm. Circles ist einfach so geil. Das sollten wir Wolf mal zum Spielen aufgeben. Auf dem Klavier. Aber echt. Wer es nicht kennt, eindeutig. Also sofort googlen. K-Drew Circles. Ja. Ist auch nicht GEMA geschützt, meines Wissens. Ja, ist alles GEMA geschützt. Achso. Ja, aber es ist... Ich dürfte zum Beispiel nicht hier im Hintergrund spielen. Ja. Ja. Sonst würde ich das machen. Aber es... Man muss nichts dafür tun. Ja, genau. Offiziell. Oh mein Gott. So viele Monsters. Wieso flüster ich eigentlich gerade? Wieso flüster ich eigentlich gerade? Ich weiß es nicht. Alter. Oh mein Gott. Vielleicht ist das ganz ein bisschen hibischeres... Umfeld. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die Epic ist gerade um 300% gestiegen. 300%? Alter, over 9000. Wow. So. Ich habe gerade wieder eine neue Ray William Johnson Folge gedacht. Achso. Also die ist üßgeil. Die ist endgeil. Nobody wants to fuck a Polar Bear. Dann weiß ich schon mal, als was ich mich heute nicht verkleide. Hm. Was war's? Polar Bear. Ja. Was ist die Krankenfester? Nein, Alter. Ich verkleide mich heute als Asian Girl. Boah. Halloween. Gott, nein. Ich bin... Bayerisch-Christlich erzogen worden. Nicht. Der für Halloween nicht mögen. Nicht. Nein, darf ich nicht. Das geht nicht. Der Warmer. Halloween gibt's bei uns nicht mehr. den Bruder des Arkaisers guitarsmet. Zünderbktor den Wies an Sambo und Leen Bu wondering. Zünderbで hubble. Die hope in das serum BUT.. Blo aff Helen. Das war kein gültiger Text. zyka Scheiß auf Gamer. Wer hat meine Meinung? Jank Lee. Gott, das Bild ist so genial. Aber echt. Und wer hat's gefunden? Ich. Echt? Chilled. So, wie mach ich ein Reinforced Door? Oder besser gesagt, Ray William Johnson hat's gefunden und ich hab's auf seiner Website gefunden. Ich hab's auf 9-Gag gefunden. Nein, bei mir gesehen. Ja, dann hab ich's noch später irgendwann auf dem Eingang gesehen. Wow. I'm so proud of you, man. Da sagt man Danke, nicht aber echt. Deine Mutter. Unhöfliche Schweine. Ja gut, da brauch ich nicht sagen. So. Wo ist der schwarze Bart? Der schwarze. Höhlen-Turne. 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 Mein Reaktoraum ist dann mal fertig. Ich bin noch nicht fertig. Ist zwar noch nicht sehr schön, da kommen es noch überall Lärms und so rein, aber das machen ich später. Wenn ich mehr Zeit hab. Wenn alles dann läuft. you use so perfekt so dann brauche ich vier mass fabricators reaktor reaktor chamber nuclear reactor was geht das heißt ich brauche erst mal 8 reaktor chambers könnten wir mal kurz einen austausch machen ich bräuchte fackeln und du kriegst den ganzen staff mal wieder warte ich tue gleich alles rein wenn ich noch fackeln hab ja hab ich sogar post reichen 41 mhm das ist voll praktisch das voll teamwork und so dankeschön bitteschön alter 57 er nur einfach mal so wie krass obwohl du noch gar nicht mal lang höllenturm bist ja ich gehe jetzt erst mal in die gänge rein ich bin jetzt ja dass ich auf den schichten zu viel uran von einfach mitten in diesem canyon drin aber ich habe mir gerade gegen das headset gehauen das hat weh getan ich weiß schon wenn es zeit hat was mitleid das ist vier mal 8 632 ähm gut da behältst du auch schon den timer im auge den timer ach so ja sehr gut klar man bisschen reffaut ein bisschen refined iron das deck reicht also jetzt hab ich schon wieder so viel dust wegen dir unglaublich dann mache ich halt nix mehr so was brauch ich noch Ich liebe dieses Schwert, ich liebe es. Integrated Reactor Plating Brauche ich 3x8, also... 24 24 Zock Weh, das Zeug lässt sich jetzt nicht stacken, ich sag's dir. Nein! Gott, F you. Was? Das Zeug lässt sich nicht stacken. Was denn? Was man alles für den Reaktor braucht. Das ist scheiße. Ich will mal schnell unseren Kondenser damit. Weil ich gar nichts anderes hab. Ich will mal ganz den Stein weg was geben. Ja, wir haben schon eine Basaltkiste, gell? Basaltkiste, ja. Ja, das ist die Marblekiste. Ähm, sag mal, könntest du mir schnell ein, zwei Jack-O-Lanterns machen? So zu Halloween passend. Ich bräuchte nämlich schnell was für unter Wasser leuchten. Haben wir Pompkins? Ja, dürfte bei Farmstaff, dürfen wir hier drin sein. Ja, cool. Warte, ich mach noch ein paar mehr und beschmücke hier unser... Ja, das ist ein bisschen. Halloween-Style oder was? Sehr geil. Wie viel brauchst du? Hm, nicht viel, drei, vier. Ich weiß, vorher war es noch eins, zwei, aber... Bitte. Dankeschön. Ich find's voll cool, dass ich seh, wenn du drin bist. Das hat irgendwie Style. Wie sich das anhört. Voll cool, wenn ich seh, dass du drin bist. Simon. Ey, ich bin nicht der perverse hier. Doch, du hast gar nicht so perverse gedacht, Alter. Warte, ich brauche noch acht mehr, was geht. Advanced Alloy. Zack. So, und daraus mache ich dann... Integrated Heat Dispencers, dafür brauche ich Copper, Advanced Circus und Coolencers. Ich hasse komplizierte Sachen zu machen. Das glaube ich, Demo. Copper Advanced Circuits. Acht. Ganz viel. Redstone, Clothstone, Lappes. So. Ähm, acht Advanced Circuits. So. Ähm, acht Advanced Circuits. Und... Äh, 16 Coolent Cells. Das heißt, 32 Water Cells. Mein Quatsch. 16 Water Cells. Wie läuft bei dir so ein Höhlen-Turm? Erzähl doch mal ein bisschen. Was machst du nur krass? Das heißt, ich schwimme gerade in der Ölbäu rum und holen wir Zeugs. Ich dachte, das ist schon alles ausgemacht. Ja. Alles im Canyon. Okay. In der... Da wo jetzt noch Öl drüber ist, bin ich jetzt gerade drin. Deswegen brauche ich die Jack-O-Lancers. Ah. Ja. Oh. Unser Fühl ist fast voll. Ernsthaft? Wart dann. Äh, sagen mir, wenn's ganz voll ist, dann mach ich. Oh. Wenn ich doch wenigstens was sehen will. Ach, wenn ich doch wenigstens was sehen will. Die ist immer ganz oben bei mir. Bei mir auch. So. Integrated heat dispensers. Dürfte ich jetzt alles haben? Ach Gott, cool ins Herz lässt sich auch nicht stacken. F you. Das ist das Schlimmste, wenn du komplizierte Sachen machen musst, wo du viel brauchst, und dann lässt es sich nicht stacken. Das ist ein Deckhaus. So. Das da, hier, das da, das da, das da, da. Äh, Copper und Advanced Secrets. Zack. So, das dürfte jetzt alles gewesen sein. Da nehme ich das Check-A-Lent mit dem Mütz. Da, 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 da. Das ist ein Lebensgefühl. Das ist, das ist die Essence, das Minecraft. Aber echt. So, dann Advanced Alone. Also wir haben jetzt knapp über die Hälfte von der von der Bauer. Nur mal so. Gott. Das ist dann da, 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 da. Das ist schon heftig. Also jetzt ist alles ausgebeutet. Ich sehe hier. Doch hier ist noch. Da ist noch ein... Einzelnes Copper. Erste Reaktor Chamber. Yay. Zweiter Reaktor Chamber. Dritter Reaktor Chamber. Sehr stolz auf dir. Vierter Reaktor Chamber. Ich bin immer noch stolz auf dir. Äh. So. Hoffentlich habe ich mich nicht verrechnet. Dann raste ich aus. Ich sag's dir. Völlig unglaubwürdig, was du da sagst. Okay. 8 Reaktor Chamber. 6 brauche ich zum Hinsetzen. Und 2 für den Nuklear Reaktor. Dafür brauche ich jetzt noch Advanced Circus Generator. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 So für die Halloween-Folgen Außerdem sehen die Jack-O-Lanterns da genial aus Ja, ich hab's auch gerade gesehen Hat irgendwie was Machen wir später Eine Jagd noch So eine kleine Monster-Jagd mit Mosketen Oder so, so ganz Halloween-Style in der Nacht So Halloween-Style Kann schon machen Oder wir wollen Trick-O-Treat By den Creepern Trick-O-Treat, BAM Surprise, motherfucker YOLO, mofo 4 2, 3, 4 2, 2, 2, 2 5, 1, 3, 2, 3, 4, 3 水en сам dark Nimm einfach das da von den Fuel-Tanks da drüben. Okay. Damit wir keine Verschwendung haben. Okay. So, und das brauche ich noch nen Generator, dafür brauche ich Refried Iron. 1, 2, 3. Ähm, ein Funate. Und 5 Iron. 1, 2, 3, 4, 5, so. Alter, wird das ne lange Folge. Aber ich schaff das mit dem Reaktor noch. Das glaub ich... nicht. Ich bin gespannt. Danke für deine geistig Unterstützung. Ich weiß. So, Quantum Armor, Tools bauen, haben wir. Fluid Storage erweitern, haben wir. Villa Baum, haben wir nicht. Villa Baum. Äh, bessere Storage System. Und Nuklear Reaktor hat nur noch. Ja, also der Nuklear Reaktor steht es gleich. Dann kannst du sie ja wegmachen, dann das Schild. Nein, weil ich muss ja noch die ganzen Methfabrikate spawnen und... ...bis da alles läuft. Oh. Wir könnten mal schlafen gehen. Nein. Niemals. Wer schläft denn heutzutage schon noch? Aber echt. Also. Wie das Storage System gerade abgeht. Ja. 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 Also wie gesagt, das ist alles ziemlich sicher gebaut. Ich hab jetzt weniger auf... Alter. Alter. Ich will durch die Türe raus, du musst die von außen anschauen. Au! Was ist das bitte für eine harte Tür? Das ist eine Reinforced Stone-Türe. Also, hier rein. Dann haben wir hier die Nuklearreaktor. Da kommt auch eine Reihe Glas hin, aber das lass ich noch, damit ich das besser wiren kann. Das heißt, der Reaktor ist jetzt in einem Dings drin. Einmal eingecased, dann um das Case ist nochmal ein Case, und um das ganze ist nochmal ein Case. Ich glaub, das reicht bis erst dann. Sicher? Ja. Okay. Solange die Tür hier zu ist, dürfte das passen. Sieht relativ geil aus. Und sehr sicher. Ja, ich hab vor allem auf Sicherheit geachtet. Ja. Wie gesagt, Lampen. Lampen und so können wir noch reintun. Ein bisschen verzieren. Okay. Und ja. Geschafft. Ich.. Psst. Ja. Pst. Ja. Ja. Oh, trop.